Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Volta-Gameplay hier auf dem SK Gaming YouTube Channel. Und heute gehen wir einfach weiter und schauen, ob wir unsere Siegesserie halten können. Ich muss sagen, Volta hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wenn man die ganze Zeit nur FIFA zockt, dann ist Volta mal was ganz anderes und es macht wirklich viel Spaß. Und ich würde vorschlagen, wir reden gar nicht mehr viel, sondern wir stürzen uns wieder ins Gameplay und schauen, ob wir erneut so gut aufspielen können wie letztes Mal. Es geht los, my friends. Also, das bin ich, oder? Yes. Alright. Alright. Ah ja, stimmt. Das sind ja einige richtige OP-Spieler. Hier ist der Platz, wirkt mir gerade sehr, sehr offen. Ah, der ist offen, ne? Keine Bande. Das hatten wir letztens nicht. Bewegt dich, Junge. Komm mal. Na, da ist Raum. Jetzt. Boah, was ein, hohohoho. Was ein Tor, Alter. Direkt im ersten Angriff quasi. Schauen wir mal, was mein Gegner so drauf hat. Alright. Ihr wisst ja, letztens bin ich ja über die Defensive gegangen. Das ist jetzt wieder so. Konnten wir mal aus, eiskalt, rüber. Nein. Mr. Never Give Up. Komm schon, Junge. Ah, ja, 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 ja. Alter, das war ein Foul. Shiri, hast du das gesehen? Oh. Der gibt Vorteil. Wird leider nicht ausgenutzt. Nice. Oh, das war gut. Oh, ja. Alter. Oh, nein, Alter. Das war so gut gespielt. Verdammt. Das ist bitter. Nein, Junge. Lauf doch raus. Verdammte Scheiße. Was war da denn los? Mein Torhüter. Alter. Alter. Habe ich Karius im Tor? Was ist da denn los? Lya. Lya ist Maschine. Ensch. Schöne Kombination. In die Mitte. Und rein damit. Yes. Let's go im Nachschuss. Super. Weiter, Jungs. Weiter. Und Mädels natürlich. Ich feiere auch die Musik hier. Ich feiere grundsätzlich einfach das komplette Gameplay. Das ist schon geil. Schön, Jungs. Da ist echt viel mehr Fläche als beim letzten Mal. Oh, ja. Nein, ich wollte es zu schön machen. Ah. Mr. Never Give Up verkackt. 36 Sekunden. Uh. Ja, mein Gegner schwimmt. Nice. Gut, gut. Come on. Rüber. Nochmal. Oh. Yes. Der ist drin. Ich dachte schon, der hat den abgewehrt. Super, Jungs. Nein, das wollte ich nicht. Nicht schon wieder. Weg. 10 Sekunden noch. Oh, mein Gott. Das ist, das ist, Alter. Bin ich für Volta geboren? Ich weiß es nicht. Unfassbar. Unfassbar. Vielleicht sollte es Volta-Turniere geben. Oh. Eine Sekunde noch, Leute. Ja, nein. Ja. Scheiße. Hat er nicht mehr gezählt, ne? Ich feiere das. Ich sage es einfach nochmal, Leute. Ich feiere dieses Gameplay ganz so hart. Das ist wirklich, wenn man FIFA hernimmt, hier hast du keine Verzögerung. Wirklich. Perfekte Verbindung. Du kannst alles machen. Und es macht vor allem einfach Spaß. Das ist so krass. Oh. Oh, mein Gott. Boah. Der Torhüter, der rettet aber ordentlich beim Gegner. Was ein Pass. Heftiger Pass. Boah. Glück gehabt jetzt. Der Pass war krass vom Gegner. Fehlpass des Grauens. Mein Gott. Der Gegner sollte mal ein bisschen Zielwasser trinken. Ich habe so Glück. Ja. Im vierten, fünften Anlauf, Alter. Lia. Maschine. Und nächster Ballgewinn von Adrian. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Gut gehabt. Oh, mein Gott. Da war alles offen. Das war mein Spieler. Oh, wieder. Ja, Mr. Neva gewappt ist da. Kompakt halt. Mal Ballrollen hier am Start. Schade. Der Ballverlust war gerade nicht so notwendig. Aber ich stehe da. Nein. Mr. Neva gewappt. Nice. Oh, ja. Gut verteidigt. Also hochschießen, glaube ich, ist nicht so nice hier in diesem Spiel. Bei Volta. Da oben ist der Raum. Nein. Was ein Fehler. Aber er hat mich gefault. Hat mal gesehen. Hat mal gesehen. Verdammt. Jetzt gerade schwächle ich ein bisschen, Leute. Oh. Oh. Eigentlich schön gemacht. Ruhig, Jungs. Ruhig. Drei Sekunden. Das wird schwer. Na gut. Das wäre zu krass gewesen. Aber ein 6-1-Sieg, my friends. Ein Schnitzer haben wir gehabt, in dem wir halt einfach hinten verkackt haben. Deswegen haben wir das Tor kassiert. Aber es steht 3-0. Und jetzt, das nächste Spiel ist ein Aufstiegsspiel, my friends. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen. So, Aufstiegsspiel. Ich denke mal, der Gegner hier wird jetzt nicht so schlecht sein. Wir sind wieder irgendwo anders. Diesmal mit Bande. Let's go, Digga. Oh ja, Ball gewinnt schon mal da. Ah, marschiert er vorbei. Und da ist das. Ah. 1-0 nicht. Sag es darum. Ja, Mr. Never give up. Easy. Kann er Klumpy? Kann er Klumpy? Kann er nicht. Weiter geht's. Oh. Woo. Hey, wer ist dieser schwarze Typ da? Alter, das sieht richtig krass aus. Ah, der ist schon, äh. Der ist schon ein anderes Kaliber, my friends. Das spürt man. Oh, der kann hier. Oh, 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 oh. Holy shit, Alter. Was ist mit dem los? Killer vom Feinsten am Start. Oh, das wird eine Herausforderung, Leute. Ich sag es euch. Der Typ kann alles. Das wird jetzt eine Defensivleistung von mir benötigen. Boah, also meine Spieler fühlen sich so langsam, man. Nice. Holy shit, Alter. Was eine Maschine. Ah, Dragbags. Ja, ich kann auch was. Komm mal, Mr. Never give up, Alter. Schaut euch das an. Let's go. 2-0, Leute. Wichtiger Sieg. Ich sag euch, skillen ist gut, aber gegen Beton hilft auch skillen nichts. Hab ich. Sehr schön, Jungs. Weiter. 3 Sekunden noch. Komm, dann schaffen wir noch was. Schieß. Ah. Woo. Okay, der Typ, der ist schon mal deutlich besser als alle anderen, die wir bisher gespielt haben. Das muss ich euch sagen. Fuck. Hallo. Woo. So, ich werde jetzt ein bisschen mehr auf Ballbesitz spielen, my friends. Ein bisschen klüger. Da. Alter, dieser Mr. Never give up in diesem Game ist eine Maschine. Der macht sie alle rein. Sehr gut. Sehr schön, Jungs. Schade. Was für eine krasse Kombination das gerade war. Oh, Ballbesitz. Boah, 4-0, Alter. 4-0. Ragequit. Und das ist der Aufstieg, my friends. Und damit steigen wir unten, seht ihr in Liga 9 auf. Wir holen die Meisterschaft. Und somit greifen wir nächstes Mal Division 8 an. Beziehungsweise wir setzen uns das Ziel, die ersten Schritte zu machen in Division 8. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Volta und generell mehr von diesen spannenden Videos, auf die ich richtig Bock habe, dann auf jeden Fall einmal hier den SK Gaming Channel abonnieren und ein Like da lassen und ein Kommentar da lassen und alles, was noch so mit dazu gehört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe.